Jetzt sind wir hier bei der Hausherrin, Frau Renner, und es ist ein, ja wenn ich mir nicht so umschaue, historisches Gemäuer. Wie alt ist denn dieses Haus und wie lange sind Sie schon hier? Das Haus ist aus dem Jahr 1520 circa und ich habe es 1995 erworben und zu dem gemacht, wie Sie es jetzt sehen. Also die Decke haben wir rausgeholt und haben so umgebaut für mein Schmuckgeschäft, das ich seit 1995 betreibe hier. Wenn man sich so mal in den Auslagen anschaut, es ist schon besonderer Schmuck. Welchen Schmuck würden Sie jetzt, wenn einer fragt, hier verkaufen? Was haben Sie hier? Also ich verkaufe Silberschmuck, Goldschmuck, Weißgold mit Farbsteinen, Diamanten, eigentlich alles, was so klassisch in einem Schmuckgeschäft zu erwarten ist. Aber Sie haben es schon angesprochen, ich suche auch speziell ein bisschen Schmuckteile, die nicht so ganz auf der üblichen Schiene laufen. Ich habe aber auch Trendschmuck, Silberschmuck und auch Kollierkettchen für Kinder. Also es ist eigentlich vieles da, aber im Speziellen habe ich schon, lege ich einen Wert darauf, dass man sieht, dass es auch was Besonderes gibt. Gibt es denn jetzt mal für mich als Laie, gibt es denn, weil bei Klamotten gibt es ja auch saisonale Klamotten, gibt es denn auch saisonalen Schmuck? Ja, es gibt schon Schmuckstücke, die man vielleicht mehr im Sommer trägt, aber prinzipiell ist Schmuck ganzjährig tragbar. Man könnte jetzt Farben, bestimmte Farben von Schmucksteinen, mehr für den Sommer. Koralle ist zum Beispiel sowas typisches für den Sommer, ist vielleicht nicht für jeden der Geschmack. Diamanten sind alljährlich, die kann man immer tragen. Also das ist der einzelnen Kundin überlassen, wie sie das gestalten möchte. Was ist denn Ihr Lieblingsschmuck oder was macht denn die Faszination von Schmuck für Sie aus? Ich bevorzuge Perlen zum Beispiel, ich trage auch gerne Perlen, aber auch nicht so diese normalen Perlen, sondern was Besonderes. Also das ist zum Beispiel eine, die verschiedene Farben hat, Multikolor, eine roséfarbene Perle und auch Farbsteine. Also hier ist zum Beispiel ein rosa Tourmalin, also alles, was so ein bisschen mit Farbe ist, was nicht so die übliche Ware ist. Und dann sehe ich schon, Sie haben auch hier einen Wachhund. Wie heißt der Hund, wer ist das? Das ist die Eika, die ist jetzt seit zwölf Jahren hier und passt auf mich und meinen Laden auf. Gibt es denn irgendwelche Anlässe, wo Leute sagen, Mensch, ich brauche speziell für den Anlass Schmuck? Ja, durchaus. Es gibt Jubiläen. Also es werden auch Geschenke gemacht für E-Jubiläen oder Geweihnachten. Weihnachten ganz im Speziellen. Was natürlich auch speziell ist, das sind Trauringe. Die werden auch bei mir verkauft. Ja, und was wir auch noch haben, wir haben Service. Also nicht nur Verkauf. Also Schmuck, Uhrenreparaturen, Gravuren, Perlkettenfädeln, eigentlich alles, was um den Schmuck herum noch so gewünscht wird.